Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr feiern wir den 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Es ist bedauerlich, dass das Jubiläum durch Versuche begleitet wird, die Geschichte grob zu verdrehen, Nazi, Henker und Befreier Europas auf eine Stufe zu setzen. Aber diese Versuche wollen wir dem Gewissen derer Urheber überlassen. Nichts und nicht. Niemand kann die entscheidende Rolle der Roten Armee aller Völker der Sowjetunion bei der Zerschlagung des Faschismus herunterspielen. Dabei werden wir stets an den Geist der Bündnispartnerschaft in den Zeiten des Krieges erinnern, an die Fähigkeit der Staaten erinnern, sich zusammenzutun im Kampf gegen die gemeinsame Bedrohung, ohne Ansehen der ideologischen Meinungsverschiedenheiten. Die Geschlossenheit dieser Art fehlt uns heute, wenn Bedrohungen und Risiken so hoch sind, wie nie zuvor in der Nachkriegszeit vor unseren Augen. Brücken, Vereinbarungen zur strategischen Stabilität und Nichtverbreitung. Die Schwelle des Nuklearwaffeneinsatzes wird heruntergesetzt. Es mehren sich in regionale Krisen. Das Völkerrecht wird verletzt, insbesondere in dem gewaltsam, in die Angelegenheiten der souveränen Staaten eingegriffen wird, durch rechtswidrige Sanktionen, durch harte protektionistische Maßnahmen, die globale Märkte und globalen Handel aushöhlen. Es findet, wenn ich so sagen darf, eine Barbarisierung der internationalen Beziehungen statt, die das Lebensumfeld des Menschen belastet. Man braucht einen direkten und offenen Meinungsaustausch darüber, wie die Welt für die künftigen Generationen aufbewahrt werden kann. Der russische Präsident hat vorgeschlagen, dieses Gespräch im Format der Staats- und Regierungschefs der ständigen Sicherheitsratsmitglieder aufzunehmen. Ich möchte unterstreichen, es geht hier nicht um einen weiteren geschlossenen Club, wo Klamm heimlich über die Geschicke der Menschheit entschieden wird. Unsere Idee liegt darin, dass die Fünferrunde, die nach UNO-Charta eine besondere Verantwortung für internationalen Frieden und Sicherheit trägt, politischen Willen an den Tag legt und eine Empfehlung herausarbeitet, wie das ganze Klima der internationalen Kommunikation gesundet werden kann, wie das Vertrauern zwischen den internationalen Akteuren wiederhergestellt werden kann. Diese Vertrauenskrise zeigt sich besonders akuten europäischen Angelegenheiten. Das Schüren von Spannungen, das Voranrücken militärischer Infrastruktur der NATO gegen Osten, nie dagewesene Übungen an russischen Grenzen, das Aufblasen von Militäretats über Gebühr, das alles generiert Unberechenbarkeit. In der Hardware wird die Struktur der Konfrontation des Kalten Krieges wiederbelebt. Solange es nicht zu spät ist, muss man nun damit aufhören, das Schreckgespenst der russischen Bedrohung heraufzuspüren und darauf sollte man sich besinnen, was uns verbindet. Der Referenzpunkt für einen solchen Dialog soll der Grundsatz der gleichen Sicherheit sein. Dieser Grundsatz ist auf höchster Ebene proklamiert worden, in den Dokumenten wie die Schlussakte von Helsinki, die Pariser Karte für neues Europa von 1990 und die Erklärung des Astana-Gipfels der OSDD von 2010. Gegenwärtig ist die Stabilität im euroatlantischen Raum nicht zu gewährleisten, wenn man nicht global kooperiert im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, illegale Migration, Menschenhandel und sonstige ganz überschreitende Bedrohungen. Viele von ihnen sind gefährlich und bedrohlich geworden infolge von blutigen Konflikten im Nahen Osten und Nordafrika. Die internationale Gemeinschaft steht in der Pflicht, günstige Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass alle Völker dieser Regionen selbst die Probleme lösen durch inklusiven nationalen Dialog, ohne dass von außen da eingegriffen wird. Aus meiner Sicht ist es unzulässig, die Gebiete dieser Länder zum Schauplatz geopolitischer Konfrontationen und Abrechnungen werden zu lassen. Genauso dürfen die Terroristen nicht genutzt werden, um eigennützige Ziele zu erreichen. In der Geopolitik ausgehend vom Völkerrecht wird Russland auch in der Zukunft dazu beitragen, dass eine Lösung in Syrien im Rahmen des Astana-Formats und der Mechanismen der Vereinten Nationen gefunden wird. Wir wollen die Ansätze der libyschen Konfliktparteien annähern. Und das ist der einzige Weg der Wiederherstellung der durch die NATO zerstörten staatlichen Strukturen dieses Landes. Eine Normalisierung der regionalen Situation soll dadurch herbeigeführt werden, dass das russische Konzept der kollektiven Sicherheit am Persischen Golf realisiert wird. Natürlich werden wir uns dafür einsetzen, dass man ausgewogen nach einer Lösung für den palästinensisch-israelischen Konflikt sucht. Mit Blick auf die bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die juristisch verpflichtenden Beschlüsse zum iranischen Nuklearprogramm nicht durch illegitime einseitige Aktionen ersetzt werden. Man darf es nicht zulassen, dass neue Durchbruchstechnologien die globale Stabilität beeinflussen, negativ beeinflussen. Darauf sind die Initiativen angelegt, einen wettrüsten Weltraum zu verhindern, eine Militarisierung des Cyberraumes zu verhindern. Wir sind bereit, auch in Bezug auf weitere akute Probleme der globalen Agenda zusammenzuarbeiten, zu denen die epidemiologischen Bedrohungen gehören. In diesem Zusammenhang möchte ich den verantwortungsbewussten Ansatz Sinas zur internationalen Kooperation hervorheben, wenn es darum geht, gegen Coronavirus zu kämpfen. Die globalen Herausforderungen sind so groß, dass die Staaten sie meistern können, nur wenn sie sich zusammenschließen und sich an die Grundsätze der wahren Multilateralität halten. Sie dürfen unter der Flagge der Multilateralität nicht ihre eigenen Regeln aufzwingen und Sekretariate internationaler Organisationen privatisieren. Ein himmelschreibendes Beispiel, dafür ist die Situation in der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Es ist wichtig, diese gefährlichen Entwicklungen zu stoppen und die Grundsätze der UNO-Charta zu erneuern, einschließlich der souveränen Gleichheit von Staaten und der Nicht-Einmischung. Alle Grundsätze der UNO-Charta müssen gleichsam von Mitgliedern, von der Führung der Vereinten Nationen und sonstigen internationalen Organisationen respektiert werden. Neben der UNO sind im globalen Management auch flexible multilaterale Mechanismen gefragt, die eine positive Tagesordnung nach vorne bringen. Und sie versuchen, eine Balance von Interessen zu erreichen. Das ist die G20, der BRICS-Rahmen, die Besetzung dieser Organisationen, widerspiegelt die kulturelle und zivilisatorische Vielfalt der modernen Welt. Zu konstruktiven Ansätzen, zu Problemen in Eurasien tragen die SCO, die Eurasische Wirtschaftsunion, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die Organisation des Vertrages für kollektive Sicherheit bei. Der russische Präsident Putin hat die Initiative vorgebracht, einen großen eurasischen Partnerschaftsraum zu gestalten, der offen wäre für alle Bündnisse und Staaten unseres immensen Kontinentes. Einschließlich der europäischen Mitgliedsländer, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Russland war und bleibt Gegner von gewaltsamen Maßnahmen und Anhänger von politischen und diplomatischen Mitteln, mit denen Meinungsverschiedenheiten beigelegt werden. Ihre Entstehung ist unausweichlich aufgrund des menschlichen Naturells. Doch der Friede fällt nie vom Himmel. Dafür braucht es immerwährende, mitunter schwierige Kraftanstrengungen. Ein herausragender Wissenschaftler, Nuklearforscher, der Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow sagte einmal, ich möchte zitieren, der Nuklearkrieg kann aus einem konventionellen Krieg erwachsen und der konventionelle Krieg erwächst bekannterweise aus Politik. Ende des Zitats. Es ist schwer, dem zu widersprechen. Diplomaten, Politiker, Die ganze internationale Gemeinschaft, einschließlich alle hier Anwesenden, tragen die Verpflichtung, für den Frieden einzustehen. Ich bin überzeugt, dass wir diese Aufgabe meistern können, wenn wir verantwortungsbewusst an sie herangehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen kurzen, aber inhaltsreichen Vortrag, den Sie uns gehalten haben. Jetzt würde ich gerne eine Frage vielleicht von meiner Seite anbringen und dann eröffnen wir die Diskussion. Meine Frage ist folgende. Thema Syrien. Da machen wir uns ja alle große Sorgen über die jetzige Situation um Idlib. Ich möchte jetzt nicht direkt nach Idlib fragen. Ich möchte von den Beziehungen zwischen Russland und der Türkei sprechen. Mir ist das in gewisser Weise ein Rätsel. Wie würden Sie diese Beziehungen zwischen Russland und der Türkei beschreiben? Sind sie Verbündete oder sind sie Gegner? Enigma? Yes, exactly. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Türkei. Das bedeutet aber nicht, dass wir in allem miteinander übereinzustimmen haben. Generell bin ich der Meinung, dass es keine vollständige Übereinstimmung geben kann in Bezug auf irgendein Problem zwischen irgendwelchen Ländern. Wenn es so etwas gibt, erinnert das so ein bisschen an eine Druckausübung, infolge derer eine solche Übereinstimmung sich ergibt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Konflikt in Syrien im Rahmen des arabischen Frühlings ausgebrochen ist. Als Libyen zerstört wurde, man hätte Tunesien fast zerstören können und andere Länder der Region. Und die Extremisten, terroristische Elemente haben damals Damaskus de facto belagert. Das war im Jahr 2015, im Sommer 2015. Und damals dachte niemand an irgendwelche humanitären Normen, damals dachte niemand an irgendeinen politischen Prozess. Alle haben eine militärische Lösung abgewartet, die in den Sturz von Bashar Assads Regierung münden sollte. Und auf Bitte dieser legitimen Regierung hat die russische Föderation eingegriffen. Und wir konnten die syrische Regierung, die syrischen Streitkräfte dabei unterstützen, einen Wendepunkt zu erreichen, vor allem im Kampf gegen den Terrorismus. In einer bestimmten Phase haben wir uns auf die Aktivitäten der Organisation der Vereinten Nationen verlassen. Es gab den Genfer-Prozess, an dem ich unmittelbar zusammen mit John Kerry beteiligt war. An diesen Bemühungen haben wir beide teilgenommen. Man hat Gespräche eher schlecht als recht vorangebracht, aber irgendein positives Ergebnis konnte man nicht erreichen. Und letztendlich haben unsere UNO-Kollegen beschlossen, die Genfer-Gespräche zu verschleppen, auf später zu vertagen, auf bessere Zeiten zu warten. Und als man verstanden hat, dass die Sackgasse zu einer chronischen Erkrankung wird, haben Russland, Türkei und der Iran eine Initiative auf den Weg gebracht, um ihre trilaterale Ägide den politischen Prozess durchstarten zu lassen. Auf Seiten der Opposition sollten nach unserem Verständnis nicht irgendwelche Migranten oder Immigranten teilnehmen, die in anderen Hauptstädten wohnt sind, sondern diejenigen, die einen realen Einfluss auf die Menschen haben, die vor Ort gegen die syrische Armee kämpfen. Das konnten wir tun. Der sogenannte Astana-Prozess ist zustande gekommen. Wir danken Kasachstan für diesen gastfreundschaftlichen Standort, für diese Gespräche. Der Astana-Prozess ist dann angelaufen und ist nach wie vor, ich will hier nicht zu selbstsicher erscheinen, aber ich möchte sagen, dass dieser Astana-Prozess wohl der effektivste Mechanismus ist, mit dem die Vereinten Nationen unterstützt werden, wenn es darum geht, die Resolution 2254 zu realisieren. Das war nicht einfach, denn Russland, der Iran und die Türkei haben bei weitem nicht übereinstimmende Ziele in Bezug auf Syrien oder auf die Region insgesamt. Ich will hier nicht auf den Detail gehen. Sie verstehen alle, worum es mir geht, aber wir wurden durch den Wunsch vereint, die Zerstörung der syrischen Arabischen Republik nicht zuzulassen. Und das ist eine Wege für viele große Religionen, viele große Zivilisationen, wo über lange Jahrhunderte und Jahrtausende Muslime, Christen, Vertreter sonstiger Glaubensbekenntnisse zusammengelebt haben. Und wir wollen dafür sorgen, dass der Friede wieder in diesem Land einkehrt und der politische Dialog angestoßen wird. Das konnten wir tun. Wir haben die Vereinten Nationen dabei unterstützt, den Prozess zu gestalten, der gegenwärtig im Rahmen des Verfassungsausschusses vonstatten geht. Dieser Verfassungsausschuss wurde bereits vor anderthalb Jahren gebildet. Dieser hätte seine Arbeit Ende 2018 aufnehmen können. Aber wir wissen alle, wie die Geschichte dieser Frage ist. Unsere westlichen Kollegen haben de facto ultimativ von den Vereinten Nationen gefordert, nicht die Vorschläge zu unterstützen, die durch die Regierung und durch die Opposition unterbreitet worden waren. Und ein ganzes Jahr brauchte man für diese Tauzieherei, sinnlose Tauzieherei, rund um drei Namen herum, die sich die westlichen Kollegen aus irgendeinem Grund haben nicht gefallen lassen. Wir haben ein ganzes Jahr verloren. Und mittlerweile hätten wir eine andere Situation schreiben können. Aber wir sind nicht verstimmt. Wir versuchen von Realitäten auszugehen. Und diese Realitäten sind so, dass wir letztendlich alle Zweifler davon überzeugen konnten, ein grünes Licht für diesen Ausschuss zu geben. Und dieser Ausschuss hat mittlerweile zweimal getagt. Die dritte Tagung wird vorbereitet. Ich habe heute Herrn Pedersen gesprochen. Wir wollen die Situation nicht dramatisieren, die damit zusammenhängt, dass die Arbeit nicht so noch auf vollen Touren läuft. Aber natürlich wollen wir nicht den Eindruck entstehen lassen, dass er auf immer und ewig arbeiten wird. Hauptsache, dass die Syrer selbst miteinander sprechen. Und in diesem Sinne sind unsere Beziehungen zur Türkei von größter Bedeutung, insbesondere mit Blick auf die russischen Möglichkeiten, insbesondere mit Blick auf die iranischen Möglichkeiten im Kontakt mit der syrischen Regierung und mit Blick auf die türkischen Möglichkeiten, wenn es darum geht, Kontakte mit der Opposition, mit den oppositionellen Vertretern zu pflegen, insbesondere zu denen zu pflegen, die für bewaffnete Gruppen vor Ort sprechen. Und außerdem haben wir ein Interesse daran, dass die Einflussmöglichkeiten auf die Opposition positiv auch von anderen Ländern geltend gemacht werden. Ich meine ja vor allem die Monarchien des Persischen Golfes. Und unser Ziel ist es, dass die Anstrengungen zusammengenommen werden, zusammengebündelt werden und dass Rahmenbedienungen für eine komfortable Zusammenarbeit der Syrer selbst geschaffen werden. Es gibt einen weiteren Punkt, der direkt Idlib betrifft. Sie haben zu Beginn Ihrer Frage von Idlib gesprochen. Der Sieg über den Terrorismus ist unausweichlich. Unsere amerikanischen Kollegen haben mehr als einmal erklärt, sie hätten den Sieg über ISIS behauptet und dass sie den Terrorismus in Syrien genauso wie im Irak besiegt haben. Dann erhebt diese Hydra wieder ihr Haupt. Aber ich möchte Sie auf Folgendes hinweisen. Es gibt in ISIS auch Jabhat al-Nusra, die sich anders nennt. Hier ab Tachir Arsham. Und wie ISIS wird diese Organisation durch den Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen als terroristische Organisation eingestufen. Diese Organisation kontrolliert momentan die größten Teile der Idlib-Sicherheitszone. Und das ist ein Problem. Das ist eine der letzten Bollwerke des Terrorismus, jedenfalls das einzige Bollwerk des Terrorismus am östlichen Euphrat-Ufer. Wir haben mit der Türkei bestimmte Vereinbarungen getroffen. Ich habe meinen Amtskollegen und meinen Freund Herrn Çavuşaglu getroffen. Diese Vereinbarungen bedeuten, dass der Waffenstillstand einkehrt, dass eine demilitarisierte Zone eingerichtet wird. Aber uns geht es darum, hauptsächlich darum, dass die normale Opposition von Terroristen separiert wird. Diese Vereinbarungen bedeuten in keiner Weise, dass wir nicht mehr gegen terroristische Gruppierungen kompromisslos vorgehen. Die Terroristen versuchen, die Zivilbevölkerung als lebendes Schild zu nutzen. Und das haben wir alle gesehen. Hier und in dem berühmt-berüchtigten Flüchtlingscamp Rukbam und dem Flüchtlingscamp Alkohol, das von kurdischen Einheiten kontrolliert wird, die mit Amerikanern zusammenarbeiten und auch in anderen Teilen der Welt. Das ist eine schwierige Aufgabe. Doch die Kontakte zwischen Russland und der Türkei auf Experten-Ebene, auf Diplomaten-Ebene, auf Militärebene, auf der Ebene von Diensten laufen weiter, damit die Wege gefunden werden können, wie die Vereinbarungen zu Idlib realisiert werden können, von denen ich eben gesprochen habe. Die nächsten Gespräche werden nächste Woche stattfinden. Ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen zusammenfassen. Hier drüben und da haben wir noch eine. Ich fand jetzt Ihre Ausführungen zu Syrien nicht sonderlich überzeugend. Wie will die russische Regierung die Souveränität Syriens denn garantieren, wenn auf der anderen Seite Türkei in Idlib und in Afrin und anderen Bereichen Nordsyrien sich militärisch festgesetzt hat und offensichtlich dauerhaft. Das habe ich noch nicht überzeugt, Ihre Aussagen. Ich würde Ihre Antwort gleich beantworten, denn das ist eine einfache Frage. Wir machen das, was wir in Syrien machen, nicht deshalb, weil wir Sie von etwas überzeugen wollen. Sie sind Journalist, wenn ich das richtig sehe. Sie haben das Recht, sich das Bild des Geschehenen zu machen, wie Sie das verstehen. Wir machen vor Ort das, was die Resolution 22 2254 macht. Und diese Resolution garantiert für Souveränität und territoriale Integrität der Syrischen Arabischen Republik. Es ist nicht Russland, das dafür garantiert. Diese Souveränität ist durch den Waldsicherheitsrat garantiert worden. Und neben den Problemen in Idlib besteht die wichtigste Schwierigkeit darin, was am östlichen Euphratufer geschieht, wo diese Souveränität auf flagrante Weise verletzt wird, wo parallele Machtstrukturen entstehen. Wo separatistische Entwicklungen geschürt werden. Und mit unseren amerikanischen Kollegen, die am östlichen Euphratufer ihre Präsenz aktiv aufrechterhalten, sprechen wir darüber. Ich habe bereits vom Rukban-Problem, vom Al-Huli-Problem gesprochen. Dort gibt es auch das Atanf-Problem. Und das alles betrifft die Souveränität der Syrischen Arabischen Republik. Und wir agieren in schrägter Übereinstimmung mit den Beschlüssen des Waldsicherheitsrates, Bekämpfung des Terrorismus, Lösung der humanitären Probleme der Bevölkerung, Unterstützung bei der Rückkehr von Flüchtlingen. Die Europäische Union weigert sich kategorisch an den Bemühungen teilzunehmen, Rahmenbedingungen für die Rückkehr von Flüchtlingen zu schaffen. Und man wartet offenbar einen realen Fortschritt im politischen Prozess ab. Vorher hat man darüber gesprochen, dass der Verfassungsausschuss erstmal die Arbeit aufnehmen soll. Der Verfassungsaufschuss hat seine Arbeit aufgenommen, aber die Europäische Union hat bislang keine große Unterstützung dafür geleistet, dass die Flüchtlinge zurückkehren. Und es gibt einen weiteren Schwerpunkt, der in den Beschlüssen des Weltseicherheitsrates vorgesehen ist. Das ist die Verfassungsreform und der politische Prozess. Dafür haben wir den Verfassungsausschuss eingerichtet, zusammen mit der Türkei und dem Iran, haben wir die Syrer dabei unterstützt, dieses sehr wichtige Gremium zu vereinbaren. Das ist das, was wir machen. Inwieweit das überzeugend wirkt, das sollen Sie entscheiden. Wir sind die Kritik gewohnt. In generell trägt die Kritik dazu bei, kreative Lösungen zu finden. Wir werden Ihre Einschätzungen und Ihre konstruktiven Ratschläge abwarten. Wir haben leider keine Zeit mehr, deswegen bitte eine kurze Frage, kurze Antwort. Mein Name ist Sergej Viktorowitsch. Könnten Sie sich bitte vorstellen? Entschuldigung. Paolo Valentino von Corriere della Sera. Ich sehe da eine Unstimmigkeit, wenn Sie von Syrien sprechen. Sie sprechen von der Integrität, der territorialen Integrität und Souveränität. Aber wenn Sie sich Libyen ansehen, da unterstützen Sie nicht die von der UNO anerkannte Regierung, sondern Sie unterstützen jemand anderen, nämlich General Haftar. Und er möchte ja das Land teilen. Meine Frage ist also, was möchten Sie in Libyen eigentlich erreichen? Sie stützen eine Fraktion, eine Gruppe, die das Land zu einer Teilung des Landes führen wird. Ich muss Ihnen widersprechen, denn General Haftar und die libysche Nationalarmee, die er leitet, sind durch den Weltsicherheitsrat als Konfliktpartei eingestuft worden und anerkannt worden. Und auf der jüngsten Berlin-Konferenz wurde das erneuert. Und der Weltsicherheitsrat hat die Beschlüsse der Berliner Konferenz begrüßt und hat die beiden, Sarac und Haftar, dazu aufgerufen, den Waffenstillstand einzuhalten und Vereinbarungen zum wirtschaftlichen Leben des Landes zu realisieren und den politischen Prozess anzustoßen. Verfassungssetrappe, Haftar ist kein Separatist. Das ist ein von internationaler Gemeinschaft, einschließlich der Berliner Konferenz, einschließlich des Weltsicherheitsrates, ist eine anerkannte Konfliktpartei in einem Konflikt, der angefangen wurde, als man den Staat namens Libyen zerstört hat, infolge einer absolut rechtswidrigen Aktion, die durch die nordatlantische Allianz 2011 losgetreten wurde. Was machen wir denn in Libyen? Wir versuchen die Libyen darin zu unterstützen, zusammen mit anderen externen Akteuren, das wieder aufzubauen und wiederherzustellen, was zerstört wurde unter flagranter Verletzung der UNO-Charta und der Beschlüsse der Vereinten Nationen. Vielen Dank. Danke auch für die Antworten. Und wir machen jetzt schon sehr bald weiter mit Mark Zuckerberg. Vielen Dank, Herr Außenminister. Vielen Dank.